Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich mit dem Fiskas Unkrautstecher hier Unkraut in deinem Rasen richtig schnell und vor allem auch einfach mit der gesamten Wurzel entfernen kannst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bisher war immer das Problem, dass Unkraut wie zum Beispiel einen Löwenzahn relativ lange Wurzeln hat und um diese wirklich komplett rauszubekommen, muss man entweder mit dem Messer ganz schön tief rein oder mit so einem speziellen Unkrautstecher hier, was natürlich auch nicht wirklich viel Spaß macht und relativ anstrengend ist. Hier hat sich Fiskas etwas Geniales überlegt. Kurz zur Theorie, der Unkrautstecher hier hat vorne vier solche Eisenzacken, diese musst du nur mit deinem Fuß hier um die Wurzel hineindrücken, das geht relativ einfach mit dem Fuß natürlich. Und dann, wenn wir das Ganze nämlich hier so nach hinten wegdrücken, gehen diese vier Metallzacken zusammen und ziehen das Unkraut mitsamt der Wurzel komplett heraus. Das Ganze zeige ich dir jetzt mal an einem Beispiel. Dieses Unkraut hier ist perfekt dafür geeignet. Ich nehme also mal meinen Unkrautstecher, schaue, dass ich diesen wirklich schön mittig über das ganze Unkraut drüber gebe. Mit dem Fuß hier einfach mal reindrücken, geht relativ leicht. Und dann muss ich den Hebel nach hinten wegziehen. Hier haben wir auch noch extra diese Halterung, damit das Ganze leichter geht. Und du kannst sehen, es ist wirklich alles komplett raus und mit der gesamten Wurzel natürlich so, wie wir es haben wollten. Als lustigen Zusatz können wir nun unser Unkraut noch nach vorne wegschießen. Dafür einfach hier nach vorne drücken und das Unkraut fliegt weg. Da der Unkrautstecher doch ein relativ großes Loch hier im Rasen hinterlässt, was jetzt nicht wirklich schön ausschaut, am besten einmal noch die Erde, die wir mit ausgerissen haben, natürlich ohne die Wurzel etwas abmachen. Dann die Erde hier etwas reingeben und ich habe mir dann hier noch ein kleines Gemisch gemacht aus Erwasensaat und aus normaler Wasenerde. Dieses Gemisch hier gebe ich jetzt auch einfach noch etwas auf diese Stelle drauf. Danach noch natürlich etwas in den Boden hineingeben. Und nun kann hier auch wieder neuer Wasen wachsen, so wie es sein sollte. Ich kann in Fiskas Unkrautstecher wirklich nur jeden Haus da ans Herz legen, die wo einfach keine Lust mehr haben, mit so einer Messe durch den Garten zu gehen. Denn hiermit geht das Ganze einfach um einiges schneller und effizienter. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Unkrautstecher hier zulegen möchtest oder vielleicht auch einfach so eine Rasenerde oder auch neue Rasensaat, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellungen, so im relativ günstigen Bereich. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterszilien oder auch diesen hier zulegen möchtest, einfach einmal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.